Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rambo 6 Siege mit dem Timo. Hi. Auf Kanäle. Noch immer locker. Let's do this. Wo ist mein Chakal? Da ist Chakalala. Mit der wunderschönen Tarnung. Wunderschönen Spiel. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, um was es geht. So. Guck mal, Bambus rennen. Welcher Typ wird als erstes die Bambusleitung ablegen? Vielleicht sicher. Ah, das geht ja noch. Zum Glück keine Geisel. Kartenraum. Ayo. Vigery. Vendet. Jäger. Und Schmuck. Okay. Ich meine Chakalala. Die besten Freunde. Jetzt darfst du meine Dräule kaputt machen. Jetzt habe ich eine Punkte gefahren. 285. Da kaufe ich mir einen Kuchen. Smuck piekt oben bei Kanäle. Oben Kontrolle Raum. Das wäre geil, wenn ich den Inziden und Headshots verpasst. Ey, warum legt das ab und zu habe ich zurück. Äh, Ping. Da ist manchmal der Ping, der hoch schießt. Kurz wieder runter. Okay. Lass mal von oben rein, weißt du. Oder? Da hat man aufgeschlagen. Frost. Scheiße. Wo war Frost? Genau. Rechts. Dann dahin bei der mit. Richtung links treffelt quasi. Was? Wie? Kapkan? Oh nein. Deine alte Liebe. Nein. Ich hab meinen Videotitel. Dankeschön Kapkan. Ja. Äh, das ist ein Witz. Äh, das ist ein Witz. Achso. Ja, FAQ. FAQ. Genau. Sichtweite nehme ich. 75er. Komm. Sehr gemäß. Sehr gemäß. Oh, okay. In der Aufnahme. Geil. Richtig geil. Finde ich richtig geil. Da kommt so ein schwuler Kapkan-Draht. Ja, mach mein ganzes Leben. Okay, ganz ruhig zwitsch mal. Ja, zwitsch vor. Ja, sie fährt. Also, ja, jetzt. Ja. Das knallt bestimmt richtig. Weißt du? Ich weiß ja, wie sich jetzt sowas anfühlt. Ey, das ist so richtig geil mit Kapkan. Ich frage mich grad richtig, was mir nicht passiert ist. Oh, ist das gut. Digga, du musst auch Kapkan. Du musst auch Kapkan nehmen. Nee, Mann. Ich will nicht Kapkan. Du musst Kapkan mit Kapkan bekämpfen. Ich bekämpfe Puls mit Kapkan. Puls. Der Regen. Der hat einen fetten Fotoapparat bei sich. Und kann durch Wände, Herzschwiegeln sehen. Ja, und da kann ich auch. Kann ich auch. Klar. Hör aufzunehmen. Hör aufzunehmen. Hör aufzunehmen. Na, ich. Was sagst du? Ich lüge. Ich lüge nicht. Doch. Du lügst. Du hast keine Kamera. Da ist ein Handy. Und spielst für Candy. Nein. Ich ne. Ich ne. Ich hab deinen Lieblingscharakter. Guck mal. Möchtest du Kapkan traten? Nein. Du wirst es. Komm schon. Und. Plipp. Der macht bumm. Ich wollte gerade sagen, ich treffe den Scheiß-Torn nicht, ey. Geil. Der macht ja auch bumm. Hm. So. Ich hab ein bisschen vermint. Geil. Wirst du min noch einmal? Nein, nein. Min leger. Ach. Ich muss mal häufiger mal die russischen Operator spielen. Nee, danke. doch kaputt der so richtig schnucklig timo mag ihn nicht ich mag ihn am liebsten schlagen ich war zu mir hoch Oh, noch mal raus. Da war ich, da war ich. Och, der hätte ihn gehabt, kann ich sterben können. Warte, nicht, nicht, warte, 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 tschüss, 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 tschüss. Was, er läuft weg? Was ist mit denen falsch? Der läuft auf die Weg. Die Bahner von unten. Oh, oh. Er merkt ja schon drin, einer. Nein, ich wollte gerade abdrücken. Och, rief mich das auf. Mann. Der größte Kacklappen spielt mit dem Schild. Plus, tschüss. Okay. Wer hat das denn? Tschüss. Meine Herzen. Bruder, du brauchst doch nicht den hetzigen Hals umzudrehen. Bruder, warte, warte. Ne, ich nehme die Bahner. Okay, Bruder. Ich bin nicht traurig. Nicht satt, brauchst du ein bisschen Pommes. Salz hast du genug. Ich werde gleich wieder fertig gemacht nach der Aufnahme. Ja, besser. Ich denke, wir sind fertig gemacht. Ich werde angeschlagen. Angeschlagen. Nicht schlagen. Und diese Kondite da, ne? Oh, na, die haben Kap kam. Digga, weißt du, was das heißt? Ja, nicht reinlaufen. Warten müssen rauskommen. Du bleibst rein. Nein. Doch, diesmal weiß ich. Ich mach auch ein Countdown. Wie oft du durch Kapkans stirbst. Best of race, best of or most succeed. Okay. Ja, nur für dich. bestimmt lustig garage ist keine okay vorwiegen falscher call ist blockiert kommen nicht rein scheiß idee da lassen wir außen folgt den views der brüste pucks 3 so panzer und russischer panzer hier oben kap kann muss achten hier oben mit gleich bombas denk mich gemein und fuse da ist bereich sicher und war alles weg ja nice guys das ist gsg 9 dabei noch mal eine chance christen jetzt mich nicht glücklich machst wirst du das gsg verlassen ich bin deutscher ich bin eigentlich generell nur das deutsches generell eigentlich ich weiß nicht dumm ich heiße bohres becker okay geil ich will gleich mal jetzt was mein name ist immer noch mal ein zukünftiges intro heute drinnen haben hier auf mich zu kommen aggressives verhalten von den passives verhalten ok dann dort gespawnt nice blitzhaunsel ich wurde erschossen er schießt mir in den arm und ich kippe und sofort um hoffe ich schaffst du mein kappkampf tragen nein das hätte so klampen können aber er hat die tür abgekippt der sack die säcke entschuldigung du weißt nicht wer die steuert wirst du das wäre so nice geworden das auch mega nice der ahi macht meine koppkampf kopp und dem kommt ein aber ist ja so mega ist koppkampf enrique sollte sein Guck mal, wie meine Waffe da ist. Moin. Messer ihn! Ach, scheide. Na, hoffe, hat es euch gefallen. Like, wenn ihr wollt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Rainbow Six Siege. Hau rein! Ciao! Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.